Willi Leute, willkommen zu einem neuen Video Ja, mein Kumpel Dustin, mein Internetfreund Dustin Hat mir noch ein Internetvideo geschnitten Was ich jetzt zum ersten Mal sehen werde Ich habe noch nichts davon geguckt Er hat es mir gerade per WhatsApp geschickt Und ich muss darauf reagieren Leute Weil wie der schneidet, ich weiß es nicht Ich bin echt gespannt Ich bin so gespannt Vielleicht kriegt er Lachflash Vielleicht nicht Wir gucken uns das mal an Gestern war ich noch ein paar Facts zu versagen Und war das Heulen Video, wo ich geheult Aber am Ende Ja, ich habe das Album nochmal komplett angehört Gestern, wo ich zu McDonalds gegangen bin Habe ich mir was zu essen geholt Da habe ich mir das Album nochmal komplett angehört Richtig geil, muss ich auf jeden Fall sagen Ja Leute Aber das Heulen, das habe ich nicht gespielt Weil viele sagen, ich hätte das gespielt Was weiß ich nicht so nicht mehr Dieses Lied hier hat mich wirklich berührt Das Heimat von ihm Dieses Heimatlied von ihm Weil Ich da an meinen Kumpel Simon denken muss Weil er ist ja weggefahren im Urlaub Und ja, egal Wir gucken jetzt das Video hier an Und ich bin echt gespannt 3 2 1 Go Ja Es ist Nacht Seht ihr den Mond Auch schon am Himmel Ja, wir wollen ja auch solche Worte Das wir da bauen Aber mir ist eingefallen Wir können ja nicht so weit Wenn wir in Level 3 sind Ja, das ist schlecht, ne? Ja, das ist schlecht, ne? Das ist nicht so schlecht Das ist geil Einfach ein Brate Einfach Können wir uns auch gleich ein Dings bauen Ein kompletter Ein komplettes richtiges Feuer Aber Ja Ist das schön, wenn wir nochmal ein paar Krabbe F.. Oh, gross Oh, Swni ist so geil Natürlich, ich liebe das Spiel Oh 1 like für die Krabbe Wie macht ihr das? Dann müsst ihr echt nachdenken mit neuen Versionen, ey. Ich bin auch dabei. Jetzt müsst ihr so reiben, jetzt müsst ihr klicken. Was ist das? Ey, kennt ihr die Menschen, die immer, wenn sie abends, wenn sie aufstehen, mal schlafen, das machen? Boah, ich krieg von diesem Geist so Aggressionen. Ich weiß nicht, wie ihr das Geräusch kennt, aber manche machen nachts so. Keine Ahnung, das ist so nervig. Simon macht das zum Beispiel nicht. Ah, was ist das? Ich denke mal, was machen die denn da? Ein paar schlucken die sich grad? Nee, es ist so, das ist geil, das ist ein bisschen geil, geil, geil. Es ist so, nachts war es immer, auf Klassenfall zum Beispiel, ich hab ja mit Leuten ins Zimmer geschlafen. Und dann haben immer Leute das so gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber Simon macht das zum Beispiel nicht, weil manchmal schlafe ich mit mir am Telefon ein. Und dann macht er es nicht zum Beispiel. Oh, Leute. Ähm, sterben die grad an ihrer Schlucke, oder? Was hat was passiert? Oh, ey, was ist das für Müll, ne? Oh, die ist wichtig. Aber wir gehen ja hier mal zu den Wracks, oder? Machen wir jetzt einfach. So, dann geht ja grad auf. Aber wir haben nur sehr viel Duos. Ich hoffe, ich hoffe, da sind nur drei Sachen drin, ey. Weil ich hab nur drei, ist nur noch drei Stots frei. Ich meine, ich will den Spör, mich zu verteidigen. Jetzt machen wir die Pflanze. Ach, das war die Alupflanze. Vielleicht liegt die später da noch. Den Schock behalte ich auch mal lieber. Ey, es ist wichtig Leute, jeden Müll mitzunehmen, ey. Wo ist der? Was ist das für ein Hai? Ach, ein Merlinfisch. So. Okay, jetzt haben wir schon mal ein paar Fische. Gucken wir nochmal nach der Alupflanze, ob die vielleicht dann noch im Wasser ist. Aber ich glaub nicht. Oh, wir haben Duos. Scheiße, ich brauch diesen Wasserdestiller. Und wenn man leider in dem Spiel, jetzt hatte ich nämlich vor paar Tagen, zu viel Kokosnüsse frisst, Leute. Hat man den größten Dünnschluss, den ihr euch vorstellen könnt. Was ist das? Und jetzt? Ah. Tadaa. Ich pack die jetzt erstmal hier hin. Leute, echt. Ich hab wirklich einen Durchfall, wir kommen von der Kokosnuss. Ich hab den ganzen Tag gegessen an einem, an einem, an einem, an einem, an einem, an einem, an einem Abend. Und da hatte ich den Durchfall meines Lebens. Die ganze Nacht. So. Was brauch ich für ein Bratespieß nochmal? Ein Lashing und drei Sticks. Eins, zwei, drei, vier. Sack. Feiert ist du, Lieberer. Feiert ist du eine Diebler. Mein Kumpel, das kann das vielleicht schneiden für mich. Aber ich kann das nicht so. Ich hab mir noch keine Axt und auf ihm ein bisschen schiefen. Ich kann ja noch einen Axt reinmachen oder dann eine Playlist, wo meine ganzen Katzenliege von Sassen hochkommen. Boah, ich wollte jetzt noch Heus holen. Genau. Um ein Feuer ausgehen. Das ist nicht los. Stroh. Ich hab die Beute. Und dann soll ich noch mal eine Aloe... äl... Aloe Vera-Pflanze? Kann es sein, dass du dumm bist oder so was? Ja, ich weiß, dass du schon wirst. Oh ja, Holz, 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 Holz. Holz haben wir. Leute, da muss ich was kochen Boah, fuck, Alter Wir müssen etwas zu essen haben Äh, zu trinken, meine ich Du musst einfach hungern Äh, ja Ich will ein, ich will ein Projekt machen Ich will mir in ein kleines Mini-Häuschen bauen und da so viele Kukosnüsse reinlagern Wie so, und das normale Haus kommt hierhin unser normales Haus Aber das Kukosnüssehaus machen wir hierhin einfach Geile Idee, oder? Nö Hm, komm Nö Aber jetzt können wir glaube ich den Water System bauen Dann baue ich den mal eben Nö Dann spielt jetzt lag schon wieder Ja, jetzt können wir ihn bauen Aber jetzt finden wir wieder tausend Sachen Palmwedel, ein Cloth Lashing und, äh, okay Palmwedel Cloth Und natürlich ein Lashing War klar Nö Oh, da habe ich den Lashing gesucht, Leute Da habe ich das gesucht und die Pflanze Vielleicht noch ein Lashing rauskommt Und ich bin die ganze Lashings vorbeigelaufen Die ganze Zeit Ja, Götte Was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich jetzt zu irgendwelchen latschen Ja, das war dann, das war mir den nächsten Part Ähm, ich habe ein paar Leute gefallen Dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder Haut rein Geil, ey Geil, Dustin Auf jeden Fall geil Das normale Video lade ich auch noch Dieses Uncut-Video Äh, das gecutte Video lade ich Ich hole meine Reaction dazu Oh, ja, hat mir gefallen Wunderbar Ja, hier ist mein Kumpel Simon Müsst ihr jetzt nicht sehen Okay, Leute, dann Haut rein Ciao